Die Sterne haben feine Verbindungen mit der Seele des Menschen. Wir schauen uns an das Sternbild, die Zeichnung des Sternbilds Herkules. Und durch diese Zeichnung nehmen wir auch den wirklichen Sternenhimmel wahr. Wir beginnen mit den Sternbild zu sehen, dass wir das Licht der Sterne auf unserem Körper und auf einiger Entfernung von unserem Körper. Und aus der Mitte des Körpers sehen wir, dass Licht verbreitet sich das Licht der Seele und verbindet sich. Also dieses Licht der Seele verbindet sich mit dem Licht der Sterne auf dem Körper und neben dem Körper. Und wir verfolgen dem gemeinsamen Licht der Sterne und der Seele. Und dieses Licht bringt uns in den Bereich, in den Raum, der sich hinter den Sternen befindet. Und dieser Raum ist unendlich und ewig. Und dabei sehen wir, dass von unserem Körper selber weiße Linien ausgehen, die uns mit dem Sternbild Herkules verbinden. Und auf diesen Linien befinden sich die Sternzahl des Sternbilds, die wir schon vor der Lektion durchgearbeitet haben. Die Ewige Seele in Verbindung mit dem Ewigen Licht der Sterne kann durch den Willen des Menschen die ganze Realität lenken. Und die Gewährleistung des Ewigen Lebens des Menschen wird durch die Bereiche der Interaktion des Lichts der Sterne und des Lichts der Seele gewährleistet. Und diese Bereiche der Verbindung des Lichts der Ewigen Seele und des Lichts der Ewigen Sterne, sie sind in Form von dieser Bereiche, existieren in Form von Zahlen rein. Und wir verstärken unsere Steuerung mit dem... Mithilfe vom Gerät per K1O.